Auf! Nach England! Wie jede Begegnung gegen mich spricht, und meine träge Rache anspornet. Was ist der Mensch, wenn sein Gewinn der Zeit und höchstes Gut nur schlafen und essen ist? Ein Tier, mehr nicht. Gewiss er, der uns so viel Verstand gab, der vor- und rückwärtsblickt, gab uns diese Fähigkeit und gottgleiche Vernunft nicht, dass sie ungenutzt in uns verfraut. Ich lege dich dann da! Ich lasse alles schlafen, während zu meiner Schande ich den Tod von zwanzigtausend Männern sehe, die für eine Laune und Hinternsiste zu Ruhm zu ihrer Gräber gehen wie Wetten. Und ein Stück Boden kämpfen, auf dem die Zahl die Sache nicht entscheidet, das Grab zu klein ist, und nicht Raum genug, geschlagener zu fassen. Seid voll Blut, ab jetzt. Gedanken oder zu nichts gut. ZEBEN 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 Musik Gut wär's, mit ihr zu sprechen, sonst könnte sie gefährliche Vermutungen in böswillige Gewüter streuen. Musik